Dup 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 Und da sind wir wieder Dup 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 Ähm Pumpenhaus, genau Da waren wir Ist ja schon wieder jede Menge Verzeffer gegangen Ähh Stehnen Unten haben wir Bruchstein hier So ganz unten Haben wir Glas Bei mir rum glaube ich gar nichts Dup dup Das nehme ich gleich mal mit hier Ähh Hier Achso Naja das bekamen wir auch eine neue Farbe Dichtung Also ein neues Icon Habe ich euch da einiges erzählt in der letzten Folge Dass wir ein Update bekommen Nehmens habe ich euch nicht erzählt Ähm Buildcraft Hat ein Update gehabt Auf 6 Äh 6 6.1 Punkt Äh Keine Ahnung was Und Da kamen Massenweise neue Sachen dazu Und für die Automatisierung kamen richtig coole Sachen dazu Roboter haben sie eingefügt Ich habe mich ein bisschen damit schon beschäftigt Aber ich habe sie nur teilweise raus Wie welche funktionieren Wie ich das Areal eingrenzen kann Da habe ich noch nicht ganz raus Da bin ich noch dabei Wenn ausprobieren Ob das auch so funktioniert So Wo sind die Mops Dann gibt es hier irgendwo Mops Da hinten ist ein Blümchen Hallo Schweinchen Schweinchen Ähm Tup 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 Oh Mann Mir läuft die Sauce runter Tup 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 Ups Stimmt der jetzt? Ja Der kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Das kommt weg Hier und hier Jetzt halt hier voll wasser Sie laufen eigentlich nicht? Ach, ich habe euch schon eingeschaltet. Wieso gibt es hier kein Wasser? Hallo? Pumpe? Hallo? Was ist denn hier los? Die WM-Wasser? Aber sie arbeitet nicht. Ist der Verkehr? Sollen ja Mist. Warte mal, die Pumpe arbeitet seit dem Update nicht mehr. Haben sie da was geändert? Wo ist es denn hier? Ich weiß nicht, mit Sternen, bla bla bla. Basisrohr. Flüssigkeiten. Hm. Was soll ne Mist? Was soll das Teil funktionieren? Aber seit dem Update macht das nichts mehr. Das ist aber schon etwas doof. Was ist denn das für Mist jetzt? Haben wir keine Lösung dazu? Das muss ich wohl dann in die Kreativfeld. Sollt mal gucken. Kommt kein Wasser an. Das Wasser hat aber noch dieselbe Farbe in der Leitung, oder? Hier, sechs. Ein bisschen Wasser ist dran. Die Pumpe funktioniert nicht mehr, oder so. Oder haben sie den Strom vielleicht geändert dafür? Stimmt, mir fällt auf die... Die Motoren, die sind noch nicht rot. Das ist mir bei einem Video nämlich auch aufgefallen, von 6.1. Hier, die kommen nicht mehr voll auf die Leistung. Hm. Ich hänge mal einen zusätzlichen Motor drauf. Was bringt das was? Ein vierter? Vielleicht bezweifle es. Das muss ich die... Steaman... Starling... Starling Engine. Heißt die. Oder? Genau. Starling Motor. Muss ich die holen, von Haus oben. Jetzt haben wir davon drei Stück. Dann werde ich die mal holen gehen. Oh man, jetzt läuft mir voll die Soße runter. Ich muss das Fenster aufmachen, das ist einfach zu heißer. Mitten im Winter. Keine Ahnung. Gefühlte 386 Grad. Ja, das geht sich los. Das wird zum Haus laufen. So können wir dort auch übernachten. Tup tup tup. Ah, jetzt. Woher? Höp. Das ist etwas doof, dass sich ihre Energie geändert haben. Aber unten, da laufen sie noch rot. Also auf der höchsten Geschwindigkeit mit den... Bering Gates. Blub, blub. Lava, lava. Höp. 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 Und höp. Nö. Höp. Später können wir dann, wenn wir hier dann nämlich die U-Bahn machen, die U-Bahn-Verbindung. Dort nebenbei wird auch die Stromleitung gelegt. Dann dann den Sand raus rüber natürlich. Somit können wir das andere Windrad nämlich abreißen. Und der Vorteil ist auch, dann haben wir nämlich genügend Strom, dass wir nicht Teleporter aufstellen können. Aber dafür brauchen wir Diamanten, dass wir nicht herstellen können. Nicht viel, also 4 Diamanten, dann können wir, ich glaub, 4 Teleporter oder 2 Teleporter herstellen. Genau, hier hab ich die Fackeln auch gemacht, immer 5 Stück dazwischen. Aber dann muss ich die Brücke dort noch fertig machen. Ich bin aus meinem reißligen Weg natürlich, ups, jetzt wird mein Herz voll angedockt. So. Man, ich fühl mich wie in einer Sauna, Leute. so guck dir das ist unsere baufläche da habe ich alle möglichen bäume einfach mal hingesetzt ich werde wahrscheinlich nämlich fichten oder was auch immer das sein soll hier gerade vielleicht auch brauchen die stämme und da werden wir eine schöne hütte bauen natürlich außenrum ein geländer ein bisschen weizen auch anbauen oder so und die bäume und das restliche das werden wir hier unten und auch mit stallungen da haben wir genug grünflächen die riesengroße grünflächen da hinten kriegen wir sicher schafe sind dort hinten pferde und hühner ja und auf dem berg kommen die wendräder hin was ich natürlich mit dem überhang hier mache weiß ich nicht ein bisschen duster da drinnen würden ständig die mops kommen ich weiß nicht ob sie es darüber schaffen endermann auf jeden fall spinnen und bin es auch rüber schaffen weil dem weg hätte ich so rüber vorher dann kommen wir genau nämlich nicht das dustere da müsste ich eventuell sonst dort fackeln aufsetzen immer genau da dann kommen dann noch eine kleine wendeltreppe nach oben so wir brauchen die motoren die sind hier rennen ja hier im füller können wir liegen lassen sonst brauchen wir glaube ich nichts den kaktus kann ich auch hier liegen lassen der brennt ja noch aber auch weil drunter überall steine waren vom berg habe ich dann noch manuell alles rausgenommen und dann er da reingesetzt und die strecke ist anscheinend egal ich habe es mich nicht irre getestet dass die mehr die entfernung ist dass der stromverbrauch gleichbleibend jetzt wird es fünster werden wenn wir zu hause sind vielleicht haben wir ein bisschen action dazwischen ja das ist noch nicht genug um tut 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 hüpp 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 Das heißt im Viertrum um das Haus inzwischen die Monster spawnen. Ah toll, das ist schon ein Skelett. Das ist doof, dass ich so rum, sonst schießt er mich das Skelett die ganze Zeit ab. Irgendwas habe ich gehört. Ah toll michael. Ah, das ist los hier. Ich habe hier einen Helm. WTF? Wer hat noch Probleme? Hm? So, haben wir ein kleines Massager noch angerichtet. Dann können wir gemütlich schlafen gehen. Da mache ich mal zu. So, fast 15 Minuten. Ist das ein Zombie? Ja, das ist ein Zombie. Verdammtes Skelett von hier. Ich sehe keine Beute. Ich sehe keine Beute. Ich hätte noch ein paar Pfeile gebraucht. So, jetzt kann ich mir die Pfeile ja selbst machen. So, jetzt kann ich mir die Pfeile ja selbst machen. Jetzt kann ich mir die Pfeile ja selbst machen. Es tut sich absolut nichts. also wie es aussieht muss ich hier oder kann ich nur noch mit den starling motoren arbeiten so 10 jetzt geht wieder wasser da reicht jetzt einer ok das heißt mit vier redstone motor müsste das aber dann auch gehen vielleicht war es einfach einer zu wenig jetzt habe ich die fachler abgerissen hier war die das heißt dann hole ich noch einen redstone motor wenn es mit drei nicht gehabt vielleicht mit vier vier könnte ich anschließen das ist halt direkt beim eingang aber was soll es ganz unten haben wir 100 stück herumliegen müssen wir in der halle verbauen ich habe schon ein bisschen durchgerechnet wie viel wir brauchen eigentlich hier laufen sie mit höchster geschwindigkeit aber der pompe nicht mehr das ist ein bisschen verpackt anscheinend ja toll jetzt schwenk ich es wieder rein wisst ihr eigentlich ob man die schwerter und die helme irgendwie einschmelzen kann dass man hier die rohstoffe vielleicht auch kriegt weil wir haben ja ein goldschwerter am liegen da oben von neta wenn man das natürlich einschmelzen kann und vielleicht mindestens eine bahn rausholen könnte wenn man das ist ja ein hebel 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 hier auch nicht toll wo brauchen wir den da ok so Funktion gibt es also nicht dann Bruchstein jetzt bleibt das Wasser hier stehen das ist ja echt interessant Hallo? Na toll, wie geht der ja nicht? Ich komm auch nicht mehr raus Ich kenne hier keine Türenbahn aus, ich mach hier noch eins nach außen wenn möglich dann so, dann tut sich hier was ja, dann tut sich was mit dem Wasser oder? hat sich da was getan? das kann ich vergessen wenn sich jetzt noch nichts getan hat und traut das wahrscheinlich drei Monate was ich da was dann unten habe dämliche Fackel jetzt mal den Weg hier so so ist wir brauchen nur noch einen Motor dafür hier das funktioniert hier hm hm wieso arbeite ich da jetzt nicht mehr? aha ich hab gerade überlegt ob ich äh das hat mir der 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 das der der Und geht doch nicht so. So, dann kommt hier einer hin und hier einer hin. Jetzt brauchen wir zwei Holz, dann eins, zwei, drei, so hier Holz, eins, zwei. Jetzt werden wir das auch automatisieren, hier, das Ding die explodieren und dass sie nur laufen, wenn Strom benötigt wird, beziehungsweise wenn angefordert wird, so heißt das. Schlafen gehen müssen wir noch nicht, da aber nachher ran. Ich glaube die Zeit ist eh schon überzogen, oder? Ja natürlich, 25 Minuten. Gut, das heißt wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.